Wieder ist eine neue Woche vorbei, wir blicken auf die wichtigsten NFT, Metaverse, Krypto-News. Viel Spaß mit dem Video, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von All in NFT. Wieder ist eine Woche vorbei und ich kann euch sagen, es war glaube ich die anstrengendste, spannendste Woche, die ich bisher im NFT-Space erlebt habe, vielleicht mal abgesehen von dem Other Side Drop, der mich auch eine schlaflose Nacht gebracht hat. Aber ich kann euch sagen, genauso wie diese Woche war, so genau so ist diese Aufnahme gelaufen, denn ich nehme das Ganze jetzt noch ein zweites Mal auf, denn natürlich, wie soll es auch anders sein, habe ich vergessen mein Mikrofon anzuschließen und dementsprechend nehme ich für euch jetzt das Ganze nochmal neu auf. Also ihr seht, es ist eine wahnsinnsverrückte Woche, es ist im NFT-Space gar nicht so viel passiert, aber das, was passiert ist, das fassen wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal kurz auf. Also würde ich sagen, fangen wir doch direkt einmal an. Wir fangen mit dem wichtigsten, zweitwichtigsten, zu dem anderen kommen wir gleich noch, aber natürlich was Blutschips-Projekte angeht, mit dem wichtigsten News dieser Woche an, und zwar Clone X Forging is coming soon. Nein, ist nicht Forging coming soon, sondern wir sind da. Klar, der physische Anspruch, aber was ist passiert, ganz einfach, ihr seht es hier, Twitter-Seite von Artefakt Clone X, Clone X Forging Season 1, Next-Gen Fashion Unlocked by your Avatar, here is all you need to know. Ihr könnt euch gerne mal das Video hier dazu anschauen, ich habe nämlich gleich noch ein zweites Video, ich denke, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir das Ganze uns jetzt hier auch noch anschauen, deswegen gerne mal hier einmal anschauen bei Clone X auf der Twitter-Seite, da bekommt ihr so ein bisschen dazu erklärt, was es mit dem Forging auf sich hat, aber dazu sind wir jetzt ja auch hier, ich werde euch das Ganze jetzt mal hier erklären, dazu gehen wir mal auf die Clone X-Seite, und ihr seht es hier schon, Alien. Was hat das Ganze auf sich? Wir gehen hier nochmal zurück auf die Startseffnung von Clone X, da waren wir ja hier gerade, mit dem Coming Soon, und sind jetzt dann hier bei Luke-Bock-Artefakt-DNA. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir hier zum einmal den Alien, denn es gibt verschiedene DNAs, die bei den Clone X beinhaltet sind. Wir haben 20 Clone X, und jeder dieser Clone X hat natürlich verschiedene Traits. Der Alien ist das seltenste, wir sehen ja Max Supply 60 Clone X, Max Supply 20.000. Wir gehen jetzt hier einmal auf die Genesis Collection drauf, und was sehen wir? Ganz einfach, natürlich, das ist ein bisschen blöd hier, muss ich ehrlich sagen, mit der Seite, ziemlich auf und ab, aber ich schaue mal, ob ich will jetzt hier die Genesis Collection finden. So, da haben wir sie, gehen auf C Collection, und was sehen wir? Wir haben hier einmal das T-Shirt und andere verschiedene Gegenstände. Jeder Clone X-Holder kann zwei verschiedene Merges beanspruchen, also diese Forging, und ihr seht es bei dem Genesis Gift, also das ist jetzt von den 20.000, ist ja jetzt jeder davon die Genesis Collection, da kann sich schon mal jeder dieses T-Shirt free claimen. Also das ist schon mal kostenlos. Ihr seht es, bei den anderen Sachen ist aber ein gewisser Gegenpreis, also ihr müsst dafür Ease auswenden, um euch das Ganze zu sichern. Je größer der Artikel eigentlich im Endeffekt wird, desto preisintensiver ist es. Ihr seht es hier, bei dem Clone X Genesis Hoodie sind es 0,19 Ease, und was natürlich ganz cool ist, und das hat natürlich Nike sehr schön gemacht, sind die Sneakers. Ihr seht es hier, Nike Air Force One, das ist die Genesis Collection der Air Force One Schuhe, die sind für 0,38 Ease ausgelistet. Deswegen gibt es hier oben auch eine eigene Sneaker Rubrik, denn wir sehen ja an dieser Stelle, die verschiedenen Trades haben alle verschiedene Sneakers. Wenn ihr mich fragt, keine Anlage oder Finanzberatung, aber Sneakers sind heutzutage sehr, sehr, sehr wertvoll, wenn sie nicht mehr vorhanden sind, beziehungsweise in künstlicher Verknappung dargestellt worden sind. Das heißt, wenn ihr möglicherweise hier jetzt bei den Aliens, wovon es ja nur 60 gibt, da möglicherweise euch den Schuh von sichert, von diesen Holdern, ist der wahrscheinlich sehr, sehr wertstabil, beziehungsweise sogar wertsteigend. Kann so sein, muss natürlich nicht. Meine eigene Meinung, keine Finanz- oder Anlageberatung an dieser Stelle, wenn ihr mich fragt, aber auch persönlich diese Murakamis, denn je krasser, je mehr, je anschaulicher, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, je auffälliger die Schuhe sind, desto eher ist natürlich da ein gewisser Gegenwert drin. Und Murakami, durch den Künstler, kann natürlich sein, dass gerade diese Murakami-Schuhe, kann ich mir so vorstellen, schon sehr, sehr gut in naher Zukunft als eine Wertanlage gelten würden. Wie gesagt, ist meine persönliche Meinung und soll euch jetzt hier nicht zum Kauf oder zum Anlegen beraten. Dann, wie ihr seht hier, das sind die verschiedenen Kollektionen. Gehen wir nochmal einmal zurück und schauen uns mal an, denn wir haben vorhin bei der Genesis-Kollektion den Hoodie gesehen und wenn wir jetzt hier auf All DNAs, also das ist ja das, was ich gesagt habe, es gibt über 60 verschiedenen Artikel, das müsst ihr euch mal vorstellen, über 60 Stück und Gesamtsupply von 200.000 Sachen. Wenn wir uns jetzt hier mal das bei Alien anschauen, bei dem seltensten, gehen wir auch einmal auf Sea Collection, dann sehen wir hier, dass T-Shirts vorhanden sind, die Hoodies, aber dann kommt es ganz interessant, dann hatten wir ja vorhin den Hoodie noch bei der Genesis und hier haben wir so einen, ja, Allian Space Puffer, so eine Daunenjacke, so sieht es ja aus, also sieht wirklich krass aus, wenn ihr mich fragt. Hier haben wir noch so einen Alien Pants, also eine Hose, also wir sehen verschiedene Sachen auf jeden Fall. Dann gehen wir nochmal auf All DNA zurück, damit ihr wisst, was ich meine. Wenn wir uns das jetzt hier zum Beispiel bei dem Dämon anschauen, fand ich wegen dem Rot ganz cool, gehen wir hier nochmal auf Sea Collection, dann können wir da natürlich sehen, dass wir hier auch wieder das T-Shirt haben, was dem Dämon angepasst ist. Ihr seht schon hier, das ist ein Long Shirt, ist noch mit dabei und hier haben wir einen Jersey, also einen Trikot. Ihr seht es also, da ist nochmal für jeden was Special ist dabei, Artefakt Nike. Wenn ihr mich fragt, Clone X, super Sache, was die sich da ausgedacht haben. Klar, ist nicht nur reines Web 3, muss man ganz ehrlich sagen, sie kombinieren das mit Web 2. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Brücke schlagen, aber so bekommt man aktuell die Leute, glaube ich, eher dran, als wenn man jetzt nur auf dieses reine Web 3 anzieht und Nike ist halt ein Riesending. Hatte ich ja in der letzten Woche auch mit dieser Goldmedaille, die an Nike und Artefakt, beziehungsweise an Nike ging als großes Unternehmen, die sich gegen Gucci, Adidas und sowas einfach durchgesetzt haben, letztes Jahr im NFT Space und über eine Milliarde Umsatz generiert haben. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Damit haben sie sich deutlich abgesetzt gegenüber den anderen Unternehmen, die den Schritt ins Web 3 gegangen sind. Das auf jeden Fall zu Artefakt auf der Seite hier. Ihr seht es hier, Pre-Mint noch drei Tage, also ihr habt noch drei Tage die Möglichkeit, mit dem Clone X diese ganzen Sachen für euch zu beanspruchen. Wie gesagt, zwei pro Clone X, abgesehen von den T-Shirts, kann sich jeder Clone X dann zulegen und nach den drei Tagen, da kommen wir nämlich dann jetzt direkt zu, Mittwoch, 7. September, bis 14. September ist dann die Deadlight für den Verge, der physisch beansprucht werden kann. Dann kann das Ganze, was ihr hier als NFT euch anlegt, dann auch physisch beansprucht werden und dementsprechend wird das Ganze dann zu euch nach Hause geliefert, sodass ihr dann auch Merch habt. Klar, momentan läuft viel über Merch, viele Unternehmen machen das, ist das einzig greifbare aktuell, wenn ihr mich fragt mit den Adidas-Hoodies, die jetzt kamen, die Bought-Apes, die ja jetzt massig Supply bekommen haben, aber so damit gibt man natürlich den Leuten auch so ein bisschen Futter und stellt die zufrieden, gerade jetzt so ein bisschen im Kryptowinter. Aber Nyclone X jetzt auch wieder sehr, sehr außengewöhnlich, was die sich da ausgedacht haben mit den verschiedenen Trades. Wer nämlich fragt, ich finde es eine coole Sache, muss nicht jeder machen. Warum finde ich es ganz cool oder warum es muss nicht jeder machen? Aber ich habe es gemacht. Ihr seht es hier, 3.000 Owners, 5.900 Total, also es hat noch nicht mal jeder gemacht und you own one. Ich habe mir eins davon geholt für ungerechnet 0,02 Is, 42 Dollar. Meiner Meinung nach, für mich persönlich jetzt, es kann ja jeder anders sehen, aber einen Preis, wo ich sage, okay, ich nehme das Ganze mit als NFT, weil ich zum einen mal wissen will, wie das Ganze dann auch in Anspruch genommen werden kann ab dem 7. September, sodass ich das einmal durchlaufen kann, den Prozess wieder als Lernsache und dann natürlich auch noch ein T-Shirt bekomme, aber abgesehen davon, dass als Lernprozess dann auch mitnehmen kann, wie das Ganze umgesetzt wird bei Nike. Und kann euch dann natürlich auch wieder davon berichten. Also ich mache ja auch einige Invest-Tätigkeiten, um zu lernen, um euch auch euch davon zu berichten. Das ist auch so ein bisschen ein Grund, kommen wir gleich zu, warum ich da auch was gestartet habe, was diese Woche war. Aber so kann ich natürlich auch sehr, sehr viel machen, habe sehr, sehr viele Möglichkeiten, um euch Erfahrungsberichte zu geben. Ja, deswegen habe ich mir das Ganze gesichert, muss nicht bei euch sein, deswegen keine Finanz- und Anlangeberatung, aber ihr seht es, Season 1, das heißt, es wird mehr dazu kommen und deswegen fange ich damit jetzt schon mal an. Was ist auch noch cool gewesen, in dem Fall zusammen, Mario Götze, gestern noch einen Post bei LinkedIn rausgehauen, er ist Web3-Enthusiast, also auch Clone-X-Holder und dementsprechend wollte ich euch das hier nochmal kurz zeigen, dass das nicht einfach nur blödes Gerät ist, was wir hier machen, sondern es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen. Mario Götze hatte ich ja auch schon mal Loot-Pots bestellt, also diese Blöcke, Wohnhäuser, die von Clone-X da sind, ein Artefakt. Hat er sich auch was geholt, könnt ihr bei Twitter bei Mario Götze gerne mal abchecken, warum finde ich es ebenfalls interessant oder was habe ich gemacht. Schauen, ob der Post hier noch da ist. Zeit für eine Podcast-Show bei Mario Götze. Also ruhig mal Mario Götze zuspammen, ein Interview mit All-In-NFT über Clone-X und seine Vorstellung vom Web3-Metaverse, das wird ja ganz cool. Vielleicht kommen wir da gemeinsam zu, wenn wir das mal ein bisschen machen. Wäre natürlich ganz geil, wenn wir das hinbekommen. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Wollte ich euch nur mal in dem Fall vorstellen. Was war ebenfalls als zweites relevant und interessant? Wie gesagt, wir hatten nicht viel diese Woche im NFT-Space, aber natürlich was war. Für mich persönlich ein bisschen unter Radar. Ich fand wirklich, es wurde jetzt gar nicht so gehyped, wie wenn ihr mich fragt. Ich habe es klar mitbekommen, aber wenn ihr mich fragt, der Hype war jetzt so gefühlt nicht so krass da. Aber wir haben einen zweiten Trailer. Schauen wir uns den aber jetzt erstmal an. Viel Spaß damit. Wie gesagt, ich habe es nicht, Musik 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 Ihr habt den Trailer gesehen, das war, wenn ihr bis zum Ende zugesehen habt, dieser Vortrailer zum ersten Trailer. Ich werde euch den ersten Trailer, der mal rauskam, zu Other Side in die Shownotes packen. Dann werdet ihr sehen, am Ende kam diese Einspielung zu dem ersten Trailer. Also es ist jetzt so eine Vorgeschichte und wir sehen, Coders, ich glaube, die werden immer wichtiger. Also das scheint ja echt so wirklich so das Geheimprojekt so oder diese NFTs zu sein, die Coders auf die Yuga Labs sehr, sehr viel baut. Denn gefühlt war jetzt wieder alles nur um Coders. Und also ich bin echt mega gespannt, mega gehypt. Dadurch haben sie natürlich wieder sehr, sehr viel. Ja, also sie haben was geliefert, womit sie auch gleichzeitig eine Nachricht untergebracht haben, die für mich persönlich nicht so schön ist. Denn ihr seht hier die Story Continues Later This Q4. Das Ganze ist in dem Fall so, dass im August ja der zweite Land Sale stattfinden sollte von den zweiten 100.000 Ländern. Aber muss man natürlich auch zugutehalten aufgrund des Merch, der von Ys jetzt stattfindet, worüber, was wir auch uns jetzt die nächsten ein, zwei Wochen mit beschäftigen werden. Gerade in meinem Podcast täglich. Also gerne dazu mal die Links in den Shownotes abchecken. Montags bis Freitags, 4 Uhr morgens, jeden Tag Podcast News über Metaverse, Krypto, NFTs. Gerne ein Abo da lassen, verpasst ihr nichts mehr. Und werde ich natürlich auch hier die ganzen Sachen updaten. Aber kommen wir hierzu. Wie gesagt, wegen dem Merch haben sie das Ganze jetzt wahrscheinlich verschoben. Auf Q4 haben sie sich natürlich da auch wieder sehr, sehr viel Spielraum gelassen. Wann Q4? Also kann natürlich auch sein, dass wir zu Weihnachten ein Weihnachtsgeschenk bekommen mit einem zweiten Land Sale. Wann natürlich auch ganz cool. Aber natürlich sehr, sehr viel Spielraum. Und was mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass sie aus den Pitch Notes jetzt auch rausgenommen haben. Erst hieß es ja, dass die 100.000 Länder für die Holder vom Ersten sind, beziehungsweise eine Verbindung damit hat und die belohnt werden. Ist jetzt rausgenommen. Das heißt auch hier sehr, sehr viel spekulativer Raum jetzt, was damit in Zukunft kommen wird. Aber sehr, sehr interessant, wenn ihr mich fragt. Was ebenfalls, was ich noch erwähnenswert finde, es gab ja First Trips. Das heißt, ihr werdet belohnt oder auf jeden Fall soll es eine Utility geben für die Leute, die bei den First Trips, also die Other Side, so ein bisschen mit aufbauen mit Yuga Labs. Das wird jetzt nach dem Merch nochmal stattfinden. Das ist safe. Das heißt, nach dem Merch wird es nochmal so eine Art First Trip geben. Und da habt ihr nochmal die Möglichkeit mit eurem Land, was ihr dann habt, was noch nicht registriert ist. Dann habt ihr da nochmal die Möglichkeit, bei diesem First Trip mitzumachen, sodass ihr auch danach belohnt werdet. Ich denke, danach wird dann auch der zweite Land Sale kommen für die alle, die dann wahrscheinlich bei diesen First Trips mitgemacht haben. Also, wie gesagt, keine finanzielle Anlageberatung, aber Other Side, Other Deed mit einem Floor von aktuell 1,8. Möglicherweise noch ein bisschen rentabel. Was nicht so rentabel ist und was die Märkte auch wirklich diese Woche ein bisschen nach unten gezogen hat. Nicht so krass wie natürlich gleich die nächste Nachricht, aber es sind die neuen voraussichtlichen Inflationsraten aus Deutschland. Wir sehen es hier, Statistisches Bundesamt hat angepriesen, angehaucht. Am 13. September werden die Zahlen veröffentlicht. Also, dann haben wir es fix. Das sind jetzt die Vorläufe. Ihr seht es hier auch in Klammern. 7,9% und damit nochmal 0,3% mehr. Und Verbraucherpreise, Energie, 35,7% mehr zum Vorjahresmonat. Nicht zum Vormonat, Vorjahresmonat. Also, vor einem Jahr plus 35,7% und auch die Verbraucherpreise, Nahrungsmittel plus 14,8%. Also, jetzt haben wir ja die ganzen Energiepauschalen, die ja jetzt auch rausfallen. Benzinpreis, 9-Euro-Ticket ist ja jetzt auch alles rausgefallen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Inflationsrate jetzt in den nächsten 1, 2 Monaten sogar noch höher fällt. Ich hoffe, wir kommen nicht zweistellig. Aber das hat natürlich jetzt, warum erwähne ich das, natürlich auch immer leichte Auswirkungen auf die Kryptokurse. Genau wie diese Nachricht. Wobei man sagen muss, dass diese Nachricht natürlich noch größere Auswirkungen hat. Warum ist Amerika, ist die FED. Und zwar, es gab einen Ausverkauf wieder. Warum gab es einen Ausverkauf? Jerome Powell hat angekündigt, harter Kampf gegen die Inflation wird weiter eingeleitet. Das heißt, anstatt der Markt, wie es aktuell eingepriesen ist im September, was sehr sehr wahrscheinlich war, 0,5 Prozent Leitzinsanhebung der FED. 75 Basispunkte scheinen jetzt doch wahrscheinlicher im September als die 0,5, wo der Markt das eingepriesen hatte. Dementsprechend hat man natürlich wieder einen sehr, sehr volatilen Markt, der eher den Kurs nach unten diese Woche zeigte, als nach oben. Beim Bitcoin können wir deswegen feststellen, hier, wir sehen es jetzt hier auf den letzten Tag, ist das 3 Prozent. Aber ihr seht es hier, 20.000, es gab mal ein leichtes Hoch auf 20.400, aber letztendlich hat sich hier gar nichts getan. Wir haben, wie gesagt, ein leichtes Down, wenn ihr es hier seht. Aber letztendlich muss man schon fast ehrlicherweise sagen, Plus, Minus, Null, wenn man es grob über den Dauben hält. Also nicht viel getan. Aber das hatte natürlich jetzt auch unter anderem mit diesen ganzen Auswirkungen von Jerome Paul zu tun, weshalb es eher was nach unten ging, als nach oben. Was aber, muss man ehrlicherweise bemerken, ist das Ganze bei Eves. Ihr seht es hier, Plus, 4 Prozent circa jetzt in den letzten sieben Tagen. Das hat wahrscheinlich damit eher zu tun. Klar, jetzt der letzte Tag sieht natürlich jetzt hier wieder ein bisschen blöd aus, der Minus 6 Prozent. Aber wir schauen uns den Wochenchat an, das andere schauen wir uns täglich dann in den Podcast-News an, wieder mit Eves, wie es da täglich aussieht. Aber ihr seht es hier, es geht doch sehr, sehr stabil wieder nach oben, nach letzter Woche, sodass wir sogar hier einen Peak von knappe 1.650 Euro erreicht hatten. Was meiner Meinung nach einfach dafür spricht, dass der Merch hier mit drin ist, dass der Merch doch bullischer ist, als letztendlich der Markt aktuell. Und damit werden wir uns einfach jetzt die nächsten 1, 2 Wochen wahrscheinlich öfter beschäftigen, wenn immer mehr News, Updates dazu kommen. Immer bullischer wahrscheinlich vieles werden wird. Und dann steht der Merch von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake bei Ethereum an. Also mal schauen, was hier so passiert. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Wichtigsten für mich persönlich und natürlich auch für die Community, viele von euch. Der erste All-In-NFT-Genesis-Drop. Meiner Meinung nach wichtiger gewesen, als das Video von den Board-Apes, von Yuga-Labs und natürlich auch von Artefakt, dass der All-In-NFT-Genesis-Drop hat mir viel Nerven, viel Zeit gekostet. Ich habe jetzt schon ein bisschen Schlaf nachgeholt, aber ja, ich habe das doch noch so ein bisschen in den Knochen. Aber es ist super alles gelaufen. Klar, hier und da war das erste Mal, gab es ein paar Probleme. Gerne dazu einmal mein YouTube-Video abchecken, habe ich mal was zu gemacht, was es damit so auf sich hat. Dazu kommt in naher Zukunft, in ferner Zukunft soll ein langjähriges Projekt werden, sehr, sehr viel kommen, wo die Holder natürlich auch dauerhaft belohnt werden sollen, weil sie auch das Vertrauen natürlich schenken. Aber es freut mich natürlich, dass jetzt hier auf der technischen Seite erstmal so weit wie es geht alles funktioniert hat. Es gab keine Scams, es gab keine Verluste, kein nichts. Alles hat super funktioniert in dem Fall, freut mich natürlich sehr. Deswegen könnt ihr gerne die Kollektion auf OpenSea einmal abchecken. Wir hatten auch ein Höchstgebot, das Ganze hat ja mit einer Auktion angefangen. Für 0,317is hat sich der liebe Habenbad die Nummer 1 gesichert und dann stand er auf der Whitelist, hat sich auch noch einen zweiten gesichert, wo wir dann direkt zum nächsten Thema kommen. Der aktuelle Whitelist-Mint läuft noch, bisher 60% sind ausgemintet. Wenn ihr dieses Video sieht, ist der Whitelist-Mint vorbei. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, so viele NFTs, beziehungsweise wenn ihr nicht auf der Whitelist standet, weil da waren halt nur die 76 drauf, weil es ist blöd, wenn 76 auf der Whitelist stehen und dann kann man nicht minten. Das war meine Intention. Doch jetzt, Whitelist-Mint vorbei, wenn ihr dieses Video schaut. Public Sale ist jetzt am Start, sodass ihr die Möglichkeit habt für 0,277is, das Ganze euch in NFT von All-in-NFT euch zu holen. Keine Finanz- oder Anlageberatung, das ist mein eigenes NFT-Projekt. Deswegen würdet ihr mich natürlich in dem Fall auch unterstützen und natürlich auch in die engere Community kommen. Wir planen damit in der Zukunft sehr, sehr viel mehr. Merch ist auf jeden Fall auch der Fall. Das ist wieder was, wo wir am Anfang eigentlich waren. Aber natürlich soll in Zukunft auch noch ein bisschen mehr kommen. Das ist auf jeden Fall das Spannendste, Interessanteste für mich persönlich jetzt gewesen. Und damit schauen wir uns abschließend einfach nochmal OpenSea an. Wenn wir hier Platz 1 sehen in den letzten sieben Tagen, die D-Gods. Wobei ich sagen muss, schauen wir uns nochmal von neu an, würde ich sagen. Da waren wir nämlich gerade noch auf den letzten 24 Stunden. Wie gesagt, ich musste das Video neu machen. Die Digi Daigaku Genesis Collection mit einem Handelsvolumen von 3.793is. Und der Floppreis war sogar bei 13 bis 14is, sogar zum Höhepunkt. Board Apes, auch ein relativ stabiles Handelsvolumen, muss man ehrlich sagen. Weil wir sehen hier nur 19 Verkäufe. Das hat damit zu tun, dass es doch den einen oder anderen Board Ape gab, der letzte Woche für ordentlich über die Theke gegangen ist. Ich kann nur so viel sagen, über eine Million war dabei. Gerne mal die Podcast-Folgen dazu abchecken, habe ich natürlich da Daily News zu rausgehauen. Azadid aufgrund des Trailers natürlich auch im Floor relativ stabil, beziehungsweise sogar leicht gestiegen. Hat man ja sogar teilweise 0.15, meine ich, gehabt. Clone X, auch ein großes Handelsvolumen aufgrund des Projektes, aufgrund des Forges. Wir sehen es hier, auch hier schon mittlerweile 1.400is, was hier an Handelsvolumina aufzuweisen ist. Und die anderen Projekte, seht ihr hier auf die Floorpreise, gehen wir natürlich jetzt nicht weiter ein. Weil wir das Ganze natürlich im Podcast-Format Montag wieder tagtäglich abchecken und uns da die Floorpreise OpenSea anschauen. Dafür brauchen wir das jetzt nicht hier. Es war eine spannende Woche, es war eine aufregende Woche. Ich bin durch, glaubt es mir. Ich habe es zwar jetzt auch in den letzten Videos immer gesagt, aber ich werde mir nochmal eine ordentliche Portion Schlaf nachholen. Jetzt noch ein bisschen, ja, für euch hier produzieren. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Lasst doch gerne ein Abo da, gerne ein Like, gerne einen Kommentar. Unterstützt das Ganze, keine Pflicht. Wäre natürlich ganz schön. Und ansonsten würde ich doch wieder sagen, hören wir uns dann morgen in alter Frische. 4 Uhr morgens Spotify, Apple, YouTube, wo ihr wollt, in Podcast-Formaten bei AllinNFT. Schaltet dann wieder ein, noch einen schönen Restsonntag. Bis morgen, macht's gut. Ciao, ciao.